Nicht weit weg von Granada befindet sich ein Vulkan und zwar der Vulkan Masaya, zu dem wir am späten Nachmittag hingefahren sind, um abends die Glut zu sehen. Der Vorteil hier, man kann direkt mit dem Auto bis zum Kraterrand fahren und oben parken. Hier sieht man gut die verschiedenen Schichten, hier links im Bild sieht man schön den Parkplatz direkt am Vulkan Kraterrand. Wir laufen jetzt zu einem Aussichtspunkt am Kraterrand des erloschenen Nindiri-Vulkans. Da sind wir übrigens lang gelaufen hier, den kleinen Weg über den Kamm, verbotenerweise. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber im Hintergrund überall Rauchwolken. Das ganze Gebiet ist Vulkangebiet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020